Wir wollen beste Bildung für alle und zwar, damit Chancengerechtigkeit nicht nur irgendeine Floskel ist. Deshalb brauchen wir auf Bundesebene die Abschaffung des Kooperationsverbotes. Auch der Bund muss mit dazu beitragen können, Förderung, das heißt zum Beispiel Gelder in die Schulbildung, in die Bildung zu stecken, damit unsere Kinder auf jeden Fall die besten Voraussetzungen haben, aus ihrem Leben das Allerbeste zu machen. Und damit das machbar ist am 24. September FDP wählen.